Sehen wir uns ehrlich, der Pflegeberuf wird in der Öffentlichkeit ziemlich schlecht geredet. Und ja, er ist nicht leicht, aber ich liebe meinen Job und das vor allem bei der Caritas. Ich kann es mir ziemlich gut einteilen, die Arbeit. Also natürlich hat man die Kernzeiten wie Frühstück oder Mittagessen, das bleibt, aber dazwischen kann ich mir selber meinen Tag gestalten. Also jeder Arbeitstag ist ein anderer Tag mit anderen Reihenfolgen und das ist das, was mir sehr gefällt. Ich finde das super, dass man bei der Caritas mit 37 Stunden Vollzeit arbeiten kann. Man kann natürlich auch Teilzeit arbeiten. Ich bin ein Fan davon, dass man sich einmal dreiviertel Tage am Stück freinehmen kann. Man kann sich immer mit den Kolleginnen und Kollegen die Dienste tauschen. Ein großer Grund, warum ich auch diesen Beruf gewählt habe, ist wegen den Bewohner und Bewohnerinnen. Man kriegt so viel zurück von ihnen und das ist ein schönes Gefühl. Ich und meine Kolleginnen und Kollegen sind die Antwort auf Who Cares. Wenn du das auch willst, würde ich mich freuen, wenn du dich bei uns bei der Caritas bewerbst. hideig, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! steak und